Musik 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 Hallöchen meine lieben Don Gewinn, was zur Hölle? Und willkommen bei einer weiteren Episode, Schlechtes Spiel. Und in der letzten Episode sieht es so aus, als würde Don zurück schlagen. Und ob er zurück schlagen wird, da twischen wir nicht. Oh, Entschuldig. Aber es wird, wie das ja nicht passieren. Okay, und jetzt. Shit, ich wollte nicht den Würfel nehmen. Ich denke, wir sind gerade auf dem Ende. Zähl gerade. Ja, wolltest du gerade sagen. Oder einfach weiterfahren. Oder der Tod fängt einfach an zu strippen, das wäre noch geiler. Peach ist letzter. Ja, was kriegt sie? 30 Sterne? Was kriegt sie wohl, Entschuldigung? Langsam Würfel. Okay. Die Fresse tobt. Ich hoffe, ich sitze neben Don, der stinkt so nach Scheiße. Scheiße! Oh nein. Es kriegt die 10 Sterne, wieso? Mann, außer sie landet eine Eins. Ich dachte ganz kurz, sie macht eine Eins. Nein. Hat sie aber nicht. Stell dir vor, die Würfel so. Und dann fällt der von der Wolke runter. Währenddessen ein Toad Dog. Schatz, gute Neuigkeiten! Ich hab eine... Oh, Mann. Oh mein Gott. Ja, natürlich! Bestraft uns alle für was, was die Bitch gemacht hat. Bitch? Oh, Crispy Dong. Schei geil durcheinander. Cheep, cheep, geflattert. Cheep, cheep, rattert. Okay, warte, du bist unverwundet. Okay, ja, wir müssen die töten. Wir müssen die töten. Ich hab keine Entscheidung, ich bin eigentlich vegan. Zweimal. Ich will vegan schnitzen. Ich hab mich gewöhnt. Fuck, ich krieg mich die großen Fische. Ich hab gar nichts. Das ist die Umkehr, der Umkehr-Dong. Shit, ich schau mal nicht mal auf die Punktzahl. Das ist eine Überraschung. Hab ich verloren? Wo bin ich? Ich hab hier den letzten Dong geholt. Das war eine sehr gute Idee, uns farbig zu machen. Genial, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich bin dritter Platz. Ich hör auf, die ganze Zeit aufzustehen. Ich hab gewonnen. Du weißt, ich kann nicht aufstehen, denn hier ist die Decken. Du weißt, wie ist die Decken schräg? Ich so, zieh ich mir mal auf. Heute. So, zum Glück ist dieses Spiel so gut, sonst wäre ich ja gelangweilt. Da vorne ist das Glücksrad. Hast du schon gesehen, wie RTL grad all diese amerikanischen Dinger... Das Glücksrad! Ich hab's gestern mit dir gesehen. Ja, halt die Stibitzen! Jetzt geht's ab. Eieiei! Bestimmt von mir. Ich hoffe, mein Gesicht. Ich hab doch Glück. Ich wusste es einfach. Ich hoffe, dann nehmt ihr alle Sterne weg. Jetzt darf ich noch entscheiden, ja. Oh yeah! Deine Seele! Wow, der hat mir fast die Hälfte genommen. Ja, fast. Wichser. Ja, gell? Das ist einfach mein Minispiel, was ich grad gewonnen hab. Das hat er mir grad einfach geklaut. Ja, ist doch egal denn, Tobi. Wir sind alle Gewinner. Nicht. Fuck! Oh, genial. Jetzt nochmal zurück und 10 Sterne, bitte. Nein. Ja, nein, das wär ja dann cool. Okay! Fuck! Ich, ey, weiß, ich kann mich nicht mal freuen. Bei Mario Party 2 kann ich mich aufregen, dass ich gewonnen, dass ich verloren hab. Weil ich weiß, es lag an meiner Strategie, es lag an meinem Können in den Minispielen. Und hier ist es... Ich hatte die falschen Würfe. Bamm. Cool, okay. Darauf... Eins! Oh mein Gott, ich hab's grad ganz kurz geklaut. Du kommst aufs Bowserfeld. Aber ich krieg da für 10 Sterne, weil es ist so eine gute Idee, da so ein Zurückfeld zu machen, damit die sagen... Warst du das jetzt mit dem Bowserfeld? Nichts. Das wird überhaupt nicht ausgelöst, oder was? Ja, weil ich zurückgegangen bin. Was ne Scheiße ist das für ein Spiel? Das ist ein guter Scheiß. Natürlich gewinnt die. Sie kommt wieder aufs Zurückfeld. Ah, okay. Hm, ja, okay. Was? Wie hat sie sich verdient? Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Hand auf die Leber, den Arzt. Der ich weg. Denkst du, wir spielen gegen Bowser Junior? Ja, oder? Der ist ja... Ne Schwurte. Schau mal, was hat der denn für ne Waffe, dieser schwule Clowncopter? Oh, gegen Kamek. Der hätte so... Alter, jetzt hab ich ihn voll beleidigt, dass ich jetzt hier so... schleiche ich jetzt einen Clowncopter... Der ist nicht schwul. Der hätte so ein cooler Smashfighter werden können. Und was passiert? Gott, das ist das schwulste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Ist das so ein... Ihhh. Okay, wir müssen die erstmal schnappen, um sie zu schießen. Auf jeden Fall. Wieso hole ich nicht einfach meine fucking AK-47? Das schießt ich. Machen wir ganz so Vietnam-Flashbacks draus. Für den Rest ist Spiel schwarz-weiß-Filter und Schussgeräusche. Kamek. Alter, weißt du, noch in Mario Party DS, ähm... Dieser Bücherkampf, der war gut. Fuck, wie konnte ich den jetzt nicht denn? Daran wird man sich noch erinnern. Ja, daran aber nicht. Hör auf, mir in den Weg zu gehen, du dummer Arsch. Wusstest du, dass man die Sachen auffangen kann, die Kugeln? Ja, natürlich. Nein. Dong, wie konntest du das verkacken? Weg mit dir. Ja, ich kann dir eigentlich für immer behalten, also... Boom, zwei Punkte, krass. Fünf Punkte. Warum bin ich im roten Auto? Ich mag das nicht. Ich mag dich nicht. Ja, und ich hasse Meme. Wieso lässt er sich hier absichtlich beschießen? Weil er weiß, dass er scheiße ist. Oh fuck. Muss man ein bisschen aufpassen. Oh, fantastisch. Pass auf, Anthony. Shit, das wird hier noch ohnehin gespannt. Genial. Wops, verschossen. Ich bin Yoshi. Letzter Schuss, oder? Nee, das war die Hälfte. Böse kamen. Es gibt ja diese schwulen Minibosse. Donkey Kong hat null. Ganz kurz dachte ich, er hat echt so... Ah, die kann man nicht auch fangen. Ganz ehrlich, ganz kurz dachte ich, der hatte so stark und auf sein Besuch. Aber das wäre recht, echt kontraproduktiv, habe ich recht. Ha, ouchi. Hast du den Sketch gesehen von Dawkley? Nein. In der Bowser, ähm, in die... Wow, Alter, das ist jetzt echt ein bisschen gut gemacht. In der Bowser in die Waffenabteilung geht, für seine Festung. Und dann zeigt er seine... Und dann zeigt er Cooper. Da die Bullets, an der er arbeitet. Und dann regt er sich drüber auf, dass die halt so... fucking Laufgeschwind... Schrittgeschwindigkeit sind. Und dann sagt er so... Hey, wenigstens arbeite ich wenigstens. Sag mir doch mal eine bessere Alternative. Sonst erschieße ich dich. Dann sagt er so... Ja, okay, versuch's halt. Und dann schießt er die so richtig langsam und klein. Und dann springt er drauf und sagt... Na? Das hat mir überhaupt nicht wehgetan. Und dann zieht er eine Pistole und schießt ihn ins Bein. Na, sollte das so nicht erlaufen. Oh, ich hab den Last Shot. Das ist so uninteressant. Ey, ich hab einfach mal... Ich hab das Gefühl, dass ich richtig schwach gespielt hab. Und ich hab das Doppelte von dir. Ich hab einfach mich nicht interessiert. Niemand gewinnt, außer du halt. Vierfache von Donkey Kong. Man sieht einfach nicht, ob bei Waluigi gefallen oder verloren hat. Dang! Oh, is it bad? Oh mein Gott, Junge. 15 Sterne, ja. Okay. Ja, weil ich gewonnen hab, verstehe. Ja, ich weiß. Und dann krieg ich doch den Last Shot, die 5. Ja, wer hat wohl gewonnen? Ich. Oder? Ich hab einfach nicht das Gefühl, das war ne richtige Mario Party Runde. Ich weiß so, wir bräuchten viel länger. Ne, fast so lang bräuchte ne Mario Party 2 Runde. Und das hat sich jetzt so angefühlt, als hätte ich einfach 10 Sekunden auf den Haufen Durchfall geschaut. Einfach so vier Pärte auf den Minispiel, ja? Meist die gewinnte Minispiele. Oh, danke schön. Meist die gewinnte. Ich bin der Frotsch da. Hä? Ja, der goldene Stern, den man immer für 20 Minuten kaufen könnte. Wofür kriegt man ihn jetzt? Jetzt fällt Donkey Kong runter. Jetzt fällt Peach runter. Jetzt fällt Waluigi runter. Ich bin Waluigi. Guck, ich hab gewonnen. Ist mir doch scheißegal. Es geht in die Statistik ein, ne? Wir haben doch ne Statistik, Anthony versus Maxi, oder? Jetzt tun ich so, als... Nein. Jetzt tun ich so, als würden wir das Spiel nochmal spielen. Ich mein, insgesamt beim Appetitzei, ich hab gewonnen und ich zeig den Mittelfinger in die Höhe. Das wäre die Stelle, an dem ich jetzt meinen Controller auf den Boden schmeißen würde, aufstehen würde und man im Hintergrund hören würde, wie ich dich die ganze Zeit beleidige. Wie du dir den heftig in den... Aber ich spür nichts. Ja, sonst würde Maxi voll ausrasten. Fühlst du dich gut? Nein. Sag mal, krass, sieht Mario, wie färre das war. Ich will die Screenshots sehen. Das stelle ich auf Instagram. Scheiß, glaube ich, stelle das jetzt auf Instagram. Echt? Jetzt? Muss ich hab halt die... Das ist mir gerade einfach mein Handy ausdruckt, genau. Warum kann ich das nicht aufs Miros posten? Doch, das machen wir jetzt. Ich stelle es auf Twitter, Abi. Dann wissen Leute, dass ich scheiße bin. Also schauen wir noch den anderen Screenshot an, Leute. Hoffentlich ist der spannender. Puh, krass, da ist Peachy und macht ihre Arme. Peachy macht auf beiden Scheißdinger ihre Arme raus. Als hätte man den anderen einfach nicht gesagt, dass man jetzt... Donkey Kong blitzelt auf dem... Ja. Mach ein Foto mit mir, wie ich mit Smiley da vorstehe. Mit Smiley? Haha. Fuck, ist das auf Instagram oder Twitter? Twitter. Ja, da muss ich näher, aber ich will nicht. Fucking kacke. Schau, wie scheiße dieser Screenshot ist. Das ist so JPEG. Hier ist ein Link für das Bild. Ja, folgt mir auf Twitter. Folgt ihm auf Twitter. Ich habe kein Twitter. Ich habe kein Twitter. Jetzt komm. Jetzt hast du es überhaupt hochgestellt? Ja. Nee, hast du nicht? Doch, habe ich. Du hast es... Ich habe aufs Kreuz gemacht. Ich habe keine Lust mehr.